So muss man ja Minuspunkte sammeln, oder? Nee. Ich weiß nicht, James. Ach so, derjenige, der ihn getötet hat, war die Frage. Oh, ich bin da so dumm. Hä? Was weiß ich? Ein Porträt von diesem Mann. Stewards, mein berühmtestes Porträt von diesem Mann. George Washington, wollt ihr mich flachsen? Das ist sehr dumm. Er hat das Kommando der Navy Expedition nach India Darktis bekommen. Operation Tiefe Frost. Ja, die Frage ist leicht verständlich, aber wer hat das Kommando genommen? Pfff, was soll ich das wissen? Warum ist denn das Spiel, ey? Was ist das denn? Ja, nein. Richard, Bert. Ja, darauf hätte man auch kommen können. Ja, warum ist das nicht? 1912, diese Serialin, äh, Firma. Äh, Firma. Was ist das, ähm, äh, äh? Kellogs. Ja, fuck, genau. Du dummes Sohn. Der Heddy wieder. Nur Charles Thompson und sein Mann. Und die Reklamation war so, nicht Reklamation. Hamz. Pfff, deklarage, deklaration. Äh, Dings. Frindsvertragung, was hat Charles Thompson unterschrieben? Gökerkrieg? Abrechen. Ich sieh's nochmal, Independence-Sail-Takt-Abrechnung. Ähm. Was weiß ich denn, ey. John Henguck. Verdammt! Der Kock. Hab ich das gewusst? Eventuell, ja. Aber ich wäre nicht so schnell auf den Namen gekommen. Ja, da hat wieder was mit Kock zu tun. Da passt der Frau. Blöder Arsch. Sie möchte nicht die Stadt würde zu stürzen. Nein! Du blöde. Ja, genau. Wer hat mich denn angerufen? Katze, hallo? Ich hab' ja geschehen. Wie gesagt, in der Schmacki, das sieht er, fühlt vom Stuhl vor Lachen. Boah, wen interessiert denn der US-Kram da, ey? Ja, klar, du Olle. Alte Schnäpfe. Verdammt, bevor kann man halt zu Ballgrutsch... Ja, was weiß ich denn, ey? Wo soll man das wissen? Wen interessiert das? Was hat der Wolf da wieder gemacht? Ihr drei. Jetzt wird die... Jetzt weißt du, dass wir geht, ne? Jetzt wird der Heddy langsam wach, jetzt eskaliert er direkt. Was weiß ich, wer Chemie gelehrt hat und dann Football-Trail, ja? Was ist Knute Rockne da, ey? Ah, das war kurz in L.A. für Sportartikel. Ich weiß es nicht. Nee, oder? Nikes. Nikes! Ne, oder? Nee, na... Wie sind das? Ne... Nikes! Nicht... Nikes! Nikes! Wartun... Nein... Nee, kannst schon mal auf uns zu schreiben, wenn das da ordentlich händerte, dann ist es falsch. Nikes! ich hab keine Ahnung das ist jetzt einfach ich hab ganz ganz das ist so an das ist so ich hab ich doch eben gemacht ich weiß aber ich dachte es ist falsch geschrieben nein habe ich nicht Verkonten jetzt ist es auch jetzt sind sie jetzt kommt bestimmt was wir noch nie gehört haben was war es jetzt die eule wählt noch die ist so dumm lag habe ich schon mal was davon gehört aber guck auf das Schiff es wird geöffnet auf ein Schiff aber es kommt aus einer Muschel oi die Pearl oder was ja habe ich jetzt auch gedacht die 2 kamen aus der Schiff so heißt doch bestimmt keine Öffnung in einem Schiff also so eine Luke oh hallo allein dafür schon die opening die 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 verwendet wird oder was aus seiner Hüschel rauskommt. Oh, wie heißt das jetzt? John F. Kennedy. Ein Fisch. Hä? Fischauge. Bullauge oder was? Das ist doch eine Buchstelle. Ich würde Forth und Schreiber. Das passt bestimmt. Bullauge. 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 Ich glaube, das wird Benden zusammengeschrieben. Ich muss Bullauge schlagen. Was ist denn der Bullauge? Hedge. Was ist denn Hedge? Was ist denn Hedge? Das ist ein Hedge, ja, das ist so ein Luca-Sache. Ach so. Ja, wusste, hab ich jetzt nicht in Verbindung mit so einem, mit einem Panzer so gebracht. Shell. Oh, ist das ein anderes Wort für Bunker oder sowas? Mit dem berühmten Fahrer Shequess. Der Chauffeur. Wo war denn da angestellt? Shequess. Der Name sagt mir auch was. American Express. Ja, stimmt. Hätte ich auch gewusst. Ein Wortspiel, das in einer Party gespielt wird. Dauccine Ministrin B exciting Spiele Star Würfing. Ich halte rot. Nec-Tie Party? Was ist ein nec-Tie? Nec-Tie? So eine, so eine schlauern, so Put-Stie. Awww. Awww. Das wär so leicht gewesen. Wir sind Decken. ja so eine Krawatte ist das Nektar also er hat gesagt die Aufgaben der Natur kostet das wegen was der Nation und der Nation auf jeden Fall 1777 siebzig Washington gibt es nicht mit europäischer Sturz vor der Garsan George Washington, du alter Opa, ich rupf dir den Bart aus, wenn ich zu dir rüberkomme. Okay, das küsse ich auch nicht. Hm, amerikanische Revolution, eigentlich hab ich ja Interesse für das, aber nicht für die amerikanische. Ich hab da mal ne Doku gesehen, das ist aber schon lange her. Okay, jetzt hab ich ja trotzdem nix gesagt. Es ist fünf Fuß groß, wiegt vier Tonnen und ist ein Schwein. Was? Man, Bierpick. Achso, das sind Partyspiele, das heißt wahrscheinlich. Hä? Oder wie? Survival. Hm. Junge. Ihr kennt doch die WW, oder? Ja. Er ist fünf Fuß groß, wiegt vier Tonnen und stinkt ein Schwein. Nein, sorry. Anyone else? Nein, Nerida. Man, Bierpick hier. Nein, Kinderhärp, Hippo. Der Hippo- Nein, Kinderhärp, Hippo. Wie ist er jetzt? Kinderhärp, Hippo. Das an Dallas basierte Video unterhaltet. Was? Was? Das ist nur USA! Scheiße, ey! Was regst du dich jetzt auch? Weil mich das nervt! Ich find das extrem lustig. Es öffnet deinen Shop jeden Tag. Flockbarster. Was wird denn auch kommen können, jetzt? Ja. Ja, das hab ich gesagt. Das ist halt richtig. Naja. Boah. Wow, die hat zwar verkehrt! Geil. Ach Gott. Drück der Name für... USA 1960. Was? Force würde ich entscheiden. Ich hab grad gedrückt, du always saw. Genau. Das ist a correct response. Die war schneller. Das Bahamas... Diese Bahamasstadt... Jetzt reicht's. ...oder von William. Er wurde benannt nach William, der dritten... zum dritten... Diese Bahamas Städte wurden benannt nach William, der dritten seiner Familie. Sorry, wrong. Oh, das tut mir aber leid für sie. William, der dritte. Na so. 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 Es war... Na so. 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 du bist richtig geschrieben warum bitte das macht so einen Spaß man fragt man so richtig bekloppt sein mit Avocado oder NCR war es die 5 größte US-Computer das war die Firma das war die Firma schmierlinge 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 und Co und jetzt fängt es an die Krankheit bei mir hinzusitzen warum nicht was was ähm Nervors ich muss mal auch im Augenblick überlegen ey es kann die gewünschte von Kürzmann vielleicht verklappen gar nicht das ist welcher Applaus Nordrhein-Westfalen 19 Microsoft Eltsin entziehen ja, das wusste ich doch ich dachte nicht, oder? nee was ist das? ich wollte lauferlich der Eifoss eingeben, ich war nicht er hat dir die Kugel geklaut was für ein Käse das war's hallelujah ich würde am liebsten weiterspielen das Spiel ist zu heilig bekloppt aber ich kann nicht mehr ganz ehrlich, ich bin am Gemeinschaftskanal wird jetzt noch viel mehr davon zu sehen geben na, was für ein Kanal? der Gemeinschaftskanal, der noch nicht besteht da willst du das hochladen, ach duke einfach so ein herrlich beklopptes Spiel dat wird der Trashkanal im wahrsten Sinne des Wortes das wird das neue Wermit-Milion ja gut, ähm dann würde ich sagen um 3.48 Uhr morgens haben wir genug Blödsinn angestellt das war sag mal jetzt triftet der Katze jetzt vollkommen ab gerade das war ne ziemlich lange Episode von Jeopardy ich hoffe dir noch dass es euch irgendwie gefallen hat auch wenn es herrlich obskurr und ja ich noch irgendwelche Worte ich finde es gar scheiße dass ich in dem Sinne mich wirklich blöd angestellt habe außer bei der einen Sache mit Malaria auch wenn es geklaut war trotzdem war es geil in gewisser Weise es wird auf jeden Fall öfter kommen wenn ich auch dazu zwingen muss ja hätte ich noch irgendwelche Abschlussworte als Überraschungsgast und da sieht man mal wieder ich habe darauf gewartet ich auch das war Jeopardy ich hoffe hat euch das gefallen wir sehen uns das nächste Mal wieder für dich eine ziemlich lange Folge